Hallo und herzlich willkommen zurück zu Legend of Grimwork 2. Ich bin Mr. Katervieh, euer Let's Play in das Kaninchen und wir wollen uns doch jetzt einfach mal wieder üblicherweise in den Abgrund stoßen. Aha. Aha. Jemand ist verletzt. Zwei Leute. Na komm mal mit, klar. Aha. Interessant oder so. Hä? Ist hier irgendwo ein Kristaller näher? Ne. Ja, dann müssen wir halt Heiltränke nehmen. Ob will ich nicht, lass ich. Ne, warte, das ist dumm. Wir müssen warten, bis der jetzt wieder da ist. So, und jetzt muss ich mich halt hier... Genau, das ist wichtig, dass das halt hier... ...zugeblieben ist. Und jetzt muss ich den hier abblocken. Hallo. Muss jetzt ganz schnell nach da vorne. So, jetzt geht das auf. Und hier hin. Okay, und jetzt sind wir... Wo geht das... Ach, hier kommt jetzt... Wenn ich jetzt hier runterfallen würde, würde ich in dieses Stachel... ...ä, in das Stachel-Erlebnis kommen. What? Wo kam denn das Gift grad her? Na toll. Natürlich ist er wieder gepäusend. Der hat aber auch eine schlechte Giftresistenz, habe ich das Gefühl. Was? So. Pass auf. Äh, Anti-Venom... Wenn sie noch mehr spielen, wir sollten mal schlafen ganz kurz, dass hier wenigstens wieder Lebenspunkte da sind. Reicht, dankeschön. So, hier ist schon wieder so ein Spucker. Da drüben ist was. Da leuchtet was. Das ist ein... ...irgendeine Rüstung und ein Dietrich? Aber da ist kein... Wo bin ich eigentlich? Achso, hier. Okay. Macht natürlich Sinn, dass ich hier bin. Ist hier irgendwie was zum Rüberwerfen? Da sind Spinnen. Wo kam denn das Gift her? Hm. Verwirrend. Lightning. Warum? Wer hat denn die Lightnings? Und du hast die Lightnings. Kann man ja mal verwenden, langsam. Hier ist schon wieder einer von denen. Oh, da ist ein Helm. Ein Helm! Ein Meteor-Helm. Der macht... 18... Ja, das ist... ...und Protection. Das ist natürlich... Ich kann die Strength nicht noch weiter weggeben. Vor allem, das ist Light-Armor. Light-Armor hat noch... Warte mal, Light-Armor könnte aber einer von euch tragen. Du hast doch hier... Du hast doch, glaube ich, schon die Light-Armor. Genau. Das machen wir doch mal so... ...und so... ...hier, für den nächsten. Und dann... ...müssen wir natürlich jetzt umlegen. Puh... ...ah, das ist kein Platz. Das braucht kein Mensch. Das ist nice. Das braucht kein Mensch. So. Das... ...und das. Jetzt bist du überladen. Gottchen! Ja, äh... Kann ich das irgendwie halbieren? Jetzt bist du schon überladen. Äh... ...tja... ...nun ist guter Rat teuer. Und teure Sachen kann ich mir nicht leisten. Gott, wie lange muss man überladen? Ich meine, jetzt ist es noch egal, weil die Hilfe von uns verlangsamt sind durch Verletzungen. Müssen wir mal wieder in den Hub zurück. Ach, gucken wir mal, wer da ist. Hey, Spinni! Und mal gucken, schaut mal, wer wieder vergiftet ist. Der ist auch nur vergiftet. Wo kommt denn das Gift her? Ja. Die explodieren immer Gift-Viecher. Ach, guck mal, noch eine Spinne. Vielleicht können wir mal ganz kurz, ich will das mal testen. Warte mal, warte mal. Na ja. Cool. Das ist geil, der Zauber. So. Es hat garantiert was mit diesem Schalter da auf sich. Diesen hier. Hier ist doch so ein Spocker. Der wird doch garantiert ausgelöst, wenn ich da drauf trete. Ja, dann wacke ich. Jetzt ist aber mal genug hier. Mit deinem Unsinn. Nur weil du ein bisschen vergiftet bist. Er ist ein Schalter. Jetzt eine Leiter nach... Warte, jetzt treffe ich nach oben. Aha. Und hier liegt... Ein Lightning Bow. Geil, boah, ich nicht. Oder warte mal, hast du nicht... Ich bei dir... Was skill ich bei dir gerade? Wurfwaffen. Yay. Na gut. Und dieser Schalter öffnet diesen Hebel. Das ist ganz gut. War hier nicht... Wo war denn der nächste? Weiter unten war einer, ne? Oben war... Nicht so leicht erreichbar. Okay. Damit dieses hier Stöhne mal aufhört. Und damit unsere Leute wieder ein bisschen... Hallo, Spinner? Ja, mach dir mal deinen Unsinn da. Ich geh mal. So, jetzt bist nur noch du überladen. Jetzt müssen wir nämlich mal gucken, dass wir das so verteilen mit den Steinen. Dass du nicht mehr überladen bist. Sehr schön. Sehr schön. Okay. Da ist er. Da ist er. Geil. Geil. Flornisse ist Starving. Das ist nicht schön. Darüber kann ich nicht lachen. Du wiegst viel. Am, am, am. Key. Äh... Haben wir diesen Aufweg. Und irgendwas war... Hatten wir noch irgendwas hier? Ne, ne. Das war nur dieser Weg nach oben, den wir jetzt neu entdeckt haben. Aber warte mal. Wenn ich jetzt hier... Der von hinten schießt mich mit Gift an. Hm. Hm. Okay. System verstanden. Gut. Gucken wir mal nach oben. Ach, hier gab es noch eine Ebene drüber. Gar nicht mehr im Kopf gehabt. Öffne ich mal noch nicht. Ich gucke mich erstmal um. Hier ist wieder... Ja, nichts mitmachen. Wie komme ich hier hin? Hier will ich hin. Genau da... Da ist ein Liegen. Okay. Hm. Eine Speed Potion. Und eine Wurst. Hier geht es um die Wurst. Ah, die Sprüche werden immer schlechter. Ich länge nicht das Spiel Spiel, desto schlimmer werden die Sprüche. Niemand hält mich auf, dass ich den einfach so nehme? Und hier wäre ein goldener Schlüssel mit einem... Das ist ein Gewehr, oder? Ist das ein Gewehr? Das sieht aus wie ein Gewehr. Das wäre natürlich was für ihn hier. Das wäre was für ihn. Haben wir schon zwei... Ok. Ah. Wollen wir das machen? Wollen wir den golden... Ich kann... Wir verwenden den goldenen Schlüssel hierfür. ein repeater ein repeater ist eine feierarm mit 19 bis 57 schaden range 3 repeat fire fire is a deadly hail of bullets okay wirklich viel mehr schaden macht das teil allerdings nicht und es gab auch kein secret geräusch das ist natürlich schade und wir haben keinen schlüssel oder irgendwie sowas bekommen das ist nicht so schön weil ich jetzt einfach nur ich bin jetzt natürlich schön rumgelaufen und so aber mir fehlt noch ein schlüssel habe ich noch irgendwelche verschlossenen türen bleibt immer noch dass da unten mit schon wegen aktiviere mich ach warte mal da kann ich noch hinfallen wie kam ich dort hin ich muss eins nach unten genau 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 da können wir noch hingehen da muss ich hier entlang aufpassen dass ich mich hier nicht auf den schalter stelle ach da läuft sie dann und den hier runter fallen ach du schande ach du schande aber da ist noch ein raum ach Gott wie komme ich an den raum ran muss ich aber ausprobieren ohne dass ich da irgendwie in den Tod stürze muss ich sagen da muss ich aufpassen dass ich das irgendwie hinkriege mich dort umzuschauen der kristall ist gerade aus deswegen laufe ich gerade ein bisschen rum und will noch mal hier mich hin potenzielle spinnen die hier sind das weiß ich auch noch nicht was das hier ist da habe ich auch noch keine ahnung ist das licht schon wieder aus und das ist halt hier ne power me up und das sieht aus wie so ein schlüssel das ist glaube ich so ein schlüssel ich muss das muss doch irgendwie das ist doch gerade ein ganz einfaches rätsel das ist irgendwie drücken schalter oder das ist was total einfaches bin ich mir ziemlich sicher keine spinnen mehr na gut ich werde jetzt aber hier erstmal pause machen und wir sehen in der nächsten folge weiter wie es weitergeht vielen dank fürs zuschauen ich hoffe es hat euch gefallen bis dann tschüss tschüss bis dann